Ich bin Mario Folger und komme aus Fulda. Ich habe seit einem halben Jahr ein Nagelstudio in Fulda und mache das hauptberuflich. Designtechnisch habe ich mich von Emi leiden lassen, von den neuen Farbtönen, die jetzt rauskommen und habe da mit Emi zusammen einen Nail-Art entwickelt. Die Farben Blau, so kam ich zur Jeans. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020